ja meine sehr verehrten damen und herren hallo und herzlich willkommen zurück bei der musik hier johnny wenn die tour von der boobie warte ich muss gerade kaufen ich mache jetzt das lied diese maße wie seite ist mir so komisch aus gut klicken auf ein schläppchen hier mein gesamtes text tut mal bei youtube auch ein bisschen rumpen ich gehe auf youtube und dann kann ich das klicken dann sieht man wann sieht man schon barbik und es gehen haben wir ein es ist nicht und es ist hundraus kinder ist der hässlich aus eigentlich so sexy weiß dass ich da weiß ich möchte zu sagen dass ich mag weiß du mir schwarz tut mir leid also ich habe einen schwanz 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ja da war der klingel bei blu an das ist einfach viel ist tronker und du verpasst jetzt das ist ja als erstes max oder das gilt als erstes momentan sowieso egal aber und ich glaube ich immer die auf jeden fall in mir aggressiv wenn wir aggressiv sein sollten dann kugeln wir passiv sein sollten aber eins ist das sowieso natürlich deswegen auch jetzt habe ich schon beides ich habe keine marke wie geht das weg wie so lange her dass ich gespielt habe ok zu wissen noch mehr dem ein maß schade hätte er getroffen mindestens gewesen wenn ich jetzt mal ein bisschen aggressiver damit ich meine was man stelle ich nicht für mich ist ein jungler schuldig sind der ist toppen wir gehen mal was ausprobieren eigentlich aber wir müssen verdammt jetzt tut das natürlich ich habe ob er ich dachte ich mich warum aber sie es nicht getan hat ich habe schon das zerstört und doppelt so wenig fragen wie letztes game hübs er war nicht gut minen setzte mich gerade noch ein bisschen zu jetzt sind wir gerade noch ein bisschen zu was würdest du gar nicht nur gegen morgana q war das schild dann durch sprechen kannst man kann ansonsten wegen dem abhälte menschen demnächst danach ja das mir reichert das ist ja es gerade nervig dass er versucht nicht zu gucken soll mich mal gucken ich bin ja wieder voll ich kann mich dran auch vielleicht okay was ich nicht niemals können 6 17 4 5 6 und er schielt auch wenn die szenen weiß ja gar nicht kommen gesehen ja ja der ist deswegen dass das keine ich habe ich habe ich habe ihn auf der karte hinten am tor gesehen ich war gerade irgendwie ich wollte gerade der time und ich habe nicht mit diesen diesen rechnen russer sein um es ist um putain um putain hast du den eh gesehen wie ich seine Q geblockt habe in out of mana ach man was hat der denn für ne cooldown auf der air what the fuck wenn ich nächstes mal weglaufen ne wenn du mit den ländern dürst du nix hast einfach weglaufen damit die länder noch was bringt also das bringt damit ich bekomme dann ehrlich das hat für die ganze versuch seiner q irgendwie zu deutschen aber der hat sich gemacht einfach nicht getan es ist einfach nicht getan welcher schaden mit australen und sonst kann man die pauter texte weil der war weg ist krieg ich nächsten buch wahrscheinlich auch nicht woops Die Pause hat geklappt an und läuft von 0. Viel neuer Spielspaß. Warum soll ich jede zweite Woche mal ein Wochenende-Pause machen? Einfach jedes Wochenende, das ganze Wochenende ist offen und dann hast du deine Pause. Ja, genau. Kann sich jetzt im Nachhinein doch... Ja, in gewisser Weise. Ja, jetzt könnte ich es. Ja, mache ich es. Hm. Ganz müssen aggressiver stehen, ne? Ne. Das war einfach. Einfach einfach. Also, Sevilla ist auf jeden Fall ein sehr großer Trist-Counter. Mhm. Kannst du die Bombe blocken mit dem Skill? Ja. Oh, das ist mies. Der macht ganz, der ganze Champions-Stand erkennt sie mir, alter. Da siehst du, dass sie jetzt noch sehr stark macht die Bombe. Hm. 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 Naja, das wirst du doch Gottlein. Ich hab das gern gefeiert. 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 Was? Wieso ging er nicht? Oh, verdammt. Okay, wenn man hier rausgegangen hätte man das gewonnen. Flo, ich hab echt gesagt... Ah, sehr ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das könnte eventuell sein, dass du erst dann abgewiesen hast und ich ganz kurz davor gedrückt hab. Das kann eventuell sein, ich bin nicht sicher. Ist ja ärgerlich auf jeden Fall. Muss ich mir nochmal angucken. Weil das wäre eigentlich ein Safe-Kill gewesen. Ja, ich kann es ja gleich in einer Wiederholung gucken. Komm schon, ja, die ist doch ein Safe-Kill. Hopp, hopp. Ach, du hast kein Alter. Ja, die sind von hinten. Na, ja, gar nicht. Bin, gleich da, ne? Vielleicht könnte der bisschen baiten, die ist das? Der Tower ist fast da und wir könnten... Der Tower ist fast da und wir könnten... ... die Möglichkeit kriegen. ... ... ... ... ... ... vom ruf zu machen bitte ups ich hab die karte geklickt nicht gesehen darf ich mir nehmen dankeschön ich mach kurz Backput vielleicht hast du den kill gesehen gekriegt sehe ich gerade was macht die golems erst du Kumpelknein so? ja ja oh what the was war das ein hook das war der schlechteste hook den ich jemals gesehen habe ja das war einfach ich mein es gab nur eine möglichkeit wo ich schlechthin dotschen könnte die habe ich halt genutzt um alt wie sie mal zufrieden und er hat der Taktik zu den Bieden Jens aber habe ich nicht gerade vor allem gut erschrocken ich sehe nur ich sehe nur so trägt vor mir und sehe aber wie den hook von oben kommt warte ist das so doof ich hab da gerade dran geworden das hast du sogar gesehen reicht das meinte das reicht ich bin genau dann weggegangen wir machen weiter lass die mal ficken jetzt alle da wir gehen oh what the fuck oh das fliegt zu tief ulti? oh der fliecht ohne dich na die fliecht jetzt anders nein naja so ein panic fliecht ne wie hast du kaum so auf mich zu ich dachte er würde mich schlitzen da habe ich ja du hast das da ist noch unbekannten Autotheker ja froh kann er war keine absicht ich bin einfach keine ahnung stehen geblieben oh fuck oh fuck tp in wuppa na jetzt sollte reichen ne? ich hab halt einen leichten nervig der jungler von dem ist da drin ja wang 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 das war halt eben jetzt recht ja es macht ja 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 warum sich das aus doch war hier krass kein trinkert mit hegel schrie mich das das ist so wird langsam zu Minions haben mich in 6 Ich habe einen Kontraffekt Puschen? Wenn ich halt mal ganz kurz auffütteln Oh, hello Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, das ist ein Niesel, ja warum vor allem so richtig dumm ich wollte gerade ja so dumm gewesen einfach vielleicht gerade war richtig scheiße wollte einfach irgendwie die retten oder so ja ich hab die ganze zeit auf meine ulti geguckt ich sehe die tonato fliegen dachte ich auf meine ulti komm jetzt noch eine sekunde dann keine ahnung ich weiß nicht immer noch nicht wie er mich getötet hat dieses team holy crap ich habe gespielt ja ja und macht das mit der menschen das nice ort meine güte lässt sich wegsmeiten recht gegen die sin klar ein bisschen kannst du nicht gewinnt oh gut, picka, 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 picka picka, picka, picka na egal, wo drum herum laufen so richtig eklig der eine wind zu sacken what the wohnend ok ach, stimmt die ganze Zeit ey oh, der schon mal getroffen nein, ich geh da nicht weg man kann man kann man ich bin festgepackt oder so alter oh mein gott das war der greed da war der greed da habe ich nichts ja nicht gesehen oh diese ulti von asia ist göttlich das war die beste asia ulti die ich gesehen habe alter die war richtig premium okay 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 fokus richtig sia ist vor allem wirklich schade ich hätte zwar flash q machen können aber es war nicht drauf gewesen ich bin ein supporter kakita muss das kaputt gehen oh mein gott was wie bin ich denn gestorben what the fuck wie bin ich denn grad gestorben fettesweise ist das game jub sie grad ein bisschen nachteil habe ich gerade erwischt gestorben würden alle diese als hier hat er denn der hat nur die seite macht so viel dämlich für diesen items war es nervt mich gerade aber auch ziemlich was ich bin du w w w w w w w die Ich schreue das die Musik. Ich bin deine Hand. Ich will meine Hand auf. Ich will meine Hand. Ich will meine Hand. Oh, da ist ja nur ne kleine Reaktion noch drin, ne? Oh, was hat der denn? Wurde doch genervt! Da fand ich es aber leicht frech Mein lieber Scholli Wo lauft hier hin? Ich, äh, was kann man machen? Oh, verdammt! Was macht ihr denn damit nicht Sinn? Töten Oh nein, der hat da hin gesetzt Oh, wow Was, ja, wow Haben da nicht gerechnet Da hab ich reagiert Was, ja, wow Das hat ein Sentinenfeld gewonnen WTF Ja, ist los Hä? Der, der Schaman Asir Ach so ne Sia Den hab ich nicht Ach so, ah, D90 Ich dachte, man ist ja Minion gerade Der war ja auch Impressive Also ich bitte dich Ah, war richtig Impressive, ja Oh mein fucking god Oh mein fucking god Ja, das Quid, ja, das Quid 13, 13 Ja, Quid, und Wavik Wavik Und Asir Äh, Wavik Und Anfänger 15 Mai Wavik Wavik Baut ja auch den letzten Shit Putsch up Oh there, I hit him every time Oh god thank you, I killed him bern? 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 ja er ist hier kaum ein bisschen grün das ist ihm seine Spaß nach berni, pass ein bisschen auf boah, in den letzten zwei teams war jetzt irgendwie acht supports gesammelt ja um die stiche für unzept, ja warte ich, wo haben wir denn die eineinhalb stunden noch, berni eins geht danach noch, würde ich sagen ok das können wir ja oh, hat ein ulti nicht geklappt mit mir, diese ratze geht schon benni das hiccup wie bitte? das das hiccup du was ist das? schick auf ach so, ja mitten im reden ja, da hat er sich ganz richtig angehört lala ups ups good job jetzt sollten wir Böllen haben, sollten wir es nutzen das das alter ich 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 ja, ich habe mir irgendwie gedacht, den machen wir zuerst platt und kommt nicht mehr aber gut, wenn ihr meint ich habe zwar auch alles nicht getroffen, aber irgendwie naja ich bin legendary geworden ich muss müssen wir zivier spielen, ist voll geil ist abgebrecht nein, die haben sie zuerst oh man, ich glaube den outstack ist mehr drauf gespickt schon wieder haben die zuerst das der 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 den die die vielen dank fürs zuschauen